Ja hallo, ich bin Markus Luffler, ich bin Geschäftsführer hier im Burghof und fürs Stimmenfestival zusammen mit Helmut Bürgel. Ich bin zur Zeit damit beschäftigt, die ganzen Termine, die wir als Geschäftsführer haben, mit Helmut Bürgel zusammen zu organisieren, im Zusammenhang mit dem Stimmenfestival, auch mit den Konzerten. Es ist eines der besten Musikfestivals in ganz Deutschland. Es hat eine klare Anspruch, es ist fokussiert auf die menschliche Stimme und findet in einer der schönsten Regionen Deutschlands statt, nämlich hier unten im Markgräfler Land, beziehungsweise im Schwarzwald am Oberrhein, wo die Leute zu uns eigentlich, wir wohnen hier, wo die Leute zu uns zum Urlaub machen kommen. Beim Stimmenfestival freue ich mich ganz besonders auf das Konzert von Erika Badu, eine der größten Soulsängerinnen, die es zur Zeit gibt, auf die Konzerte von Agnes Obel, und Crystal Warren im großen Feld zum Urlaub und ganz besonders auch auf dem Höhenweg der Stimmen, eine kleine Wanderung, wo Ensembles an den verschiedenen Wanderstellen spielen. Ich hoffe, es macht mit allen auch viel Spaß. Ich freue mich, wenn ihr kommt.